Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel Pivot Tutorial. Ja, es geht um folgendes und zwar, wie können wir die Pivot Daten Funktion ausschalten in Excel. Was meine ich überhaupt damit? Also, zunächst mal brauchen wir irgendeine Tabelle, ich habe jetzt diese hier und wir müssen dann eben einmal eine Pivot Tabelle einfügen. Also hier unter Einfügen, Pivot Table und dann aus Tabelle oder Bereich und dann entsprechend ist hier schon der richtige Bereich markiert. Wenn ihr entsprechend einen anderen haben wollt, könnt ihr das entsprechend hier einfach ändern. So, jetzt vorhandenes Arbeitsblatt, dann haben wir das direkt hier. Ich füge das mal vielleicht hier ein, klicke auf OK und habe jetzt hier meine Pivot Tabelle. Ich kann jetzt hier entsprechend einfach mein Produkt hier mal reinziehen, ich kann hier meine Region reinziehen und die Region möchte ich vielleicht in den Spalten haben und dann füge ich hier einfach noch meine Kennzahl Umsatz mit rein. So, ich passe mal kleiner hier und jetzt sehe ich hier meine Pivot Tabelle. Sprechen zu weit, zu gut. So, was jetzt folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt irgendeine Zelle aus dieser Pivot Tabelle referenzieren möchte, beispielsweise ich gehe jetzt hier hin und sage, ist gleich, so ist gleich zum Beispiel diese 1700 und die teile ich jetzt hier durch diese 5700 als Beispiel, um jetzt hier einen Prozentwert zu berechnen. Und ja, ich weiß, ich kann das natürlich auch direkt in der Pivot Tabelle selber machen, aber das ist jetzt hier gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, das habt ihr hoffentlich gesehen, wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, habe ich hier Pivot Daten zuordnen, entsprechend als Referenz hierfür. Also ich habe nicht die individuelle Zelle, sondern ich habe eben hier diese Funktion hier. Und wenn ihr entsprechend das Ganze aber mit normalen Zellen haben wollt, müsst ihr einfach nur folgendes tun. Und zwar, ich gehe mal hier rein in Datei, dann geht ihr in entsprechend die Optionen rein. Und bei den Optionen könnt ihr dann einfach unter Formeln das Ganze hier ausschalten. Also hier, getPivotDatenFunktion, das ist genau das, was ich meinte. Ihr könnt da draufklicken hier, klickt auf OK. Und jetzt entsprechend, wenn ich das gleich nochmal mache, ist gleich, ich nehme den Wert hier. Und ihr seht, jetzt referenziere ich wirklich die individuelle Zelle hier. Also I6 entsprechend. Und dann teile ich das hier durch meinen Wert 5700. Ich kann das teilen und habe hier den gleichen Wert. Aber entsprechend eben ohne diese PivotDaten zuordnen-Funktion, die vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen ist. So, und das eben die neue Funktion. So, ein kleiner Zusatz. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Aber einen Vorteil, den ich mal zeigen möchte, ist folgender. Und zwar, wir sehen hier ja nochmal, das Ganze ist mit der Original-Pivot-Daten-zuordnen-Funktion. Wenn ich jetzt folgendes sage, und zwar bei meinen hier entsprechenden Spaltenbeschriftungen, filter ich jetzt einfach mal Nord raus. Also das ist ja die entsprechend, oder gerade die Region, auf die wir unsere Berechnungen gebaut haben. Wenn ich das jetzt tue hier, ich nehme das raus, klicke auf OK, sehen wir, dass die hier Pivot-Daten-zuordnen-Funktion jetzt einen Fehler auswirft, weil wir hier Nord eben fixiert haben und Nord nicht mehr vorhanden ist. Dagegen ist klassischerweise in unserer Original-Funktion, da wir das Ganze hier Zellen referenziert haben. Entsprechend, da Ost jetzt hier in die Zelle I, was ist das, Zelle I6 gewandert ist, da steht es ja, entsprechend haben wir nach wie vor eine Formel, die funktioniert. Okay? Das dazu. Also, das war es für das Video. Wie immer, ich hoffe, das war hilfreich und ihr habt etwas Neues gelernt, was ihr vielleicht auch selbst in der Praxis anwenden könnt. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben und auch einen Kanal abonnieren, bitte nicht vergessen. Vielen Dank dafür und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Alles Gute.